Hallo Sportfreunde und willkommen zu 27. Spieltagen, der Bundesliga-Saison 2021-2022. Ja, letzte Woche. Ja, darüber kann man gut reden. Darüber kann man gut reden. Ja, bis auf 4 Spiele. 3 Spiele. Ja. Ja, bist du richtig geschützt? Ja. Bin ich ganz gut damit. Ja. Bayern ist wichtig. Jungen ist wichtig. Und immer wieder wichtig. Ja. Aber das kann man damit zufrieden sein. Und jetzt direkt rein geht's in diese Woche. Ja, und das erste Spiel ist direkt wieder der Freitag. Ja, die Hasstage. Ich mag auch keine Freitagsspiele. Nein. Samstag. Eigentlich könnten wir gefühlt alle Samstag machen und dann. Oh. Wäre so schön. Ja. Aber naja. Der erste Spiel ist der VfL Boru. Gegen Borussia Dortmund. Borussia Mönchengladbach meine ich. Ja. Dieses Spiel geht 1 zu 2 für Borussia Mönchengladbach. Auch wenn ich es andersrum tippen könnte. Ja. Dann haben wir Samstagsspiele. 15.30. Der VfB Stuttgart. Gegen den FC Augsburg. Das Spiel geht unentschieden aus. Mit 2 zu 2. Dann haben wir die Hertha. Die Krisenhertha. Gegen Hoffenheim. Ja. Die auch gut gespielt haben. Gegen die Bayern. Deswegen gewinnen sie hier auch. Gegen die Hertha. Mit 0 zu 3. Ja. Dann haben wir Mainz 0 zu 5. Gegen Arminia Bielefeld. Wir haben jetzt am Mittwoch gespielt. Gegen Dortmund. Ja. Das hatte ich auch falsch getippt. Habe ich getippt, dass er Mainz gewinnt. Aber jetzt tippe ich auf ein Unentschieden. Gegen die Arminia Bielefeld. Weil der Mainz auch nochmal ein Spiel. Ja. Dann haben wir Kräuter führt. Gegen den SC Freiburg. Sollte normalerweise ganz einfach sein. Aber ich sag trotzdem. 0 zu 2 für Freiburg. Dann haben wir das Topspiel der Woche. Der FC Bayern München. Gegen Union Berlin. Ja. Das Spiel geht 2 zu 1 für den FC Bayern aus. Hoffentlich. Auch wenn es wahrscheinlich lieber uns ausgehen. Nicht dabei ist. Dann haben wir jetzt die Sonntagsspiele. Wir fangen direkt an. RB Leipzig. 15-30. Gegen Eintracht Frankfurt. Das Spiel geht unentschieden aus. Dann haben wir VfL Wolfsburg. 17-30. Gegen Bayern 04 Leverkusen. Ja. Hätte ich jetzt nicht schon mit dem Gurtdruck gedacht, dass Leverkusen gewinnt. Ja. Wenn man die Europa League gesehen hat, dann weiß man. Irgendwann sind schwer. Aber trotzdem. 1 zu 2 für Leverkusen. Leverkusen ohne Würz und ohne Frimpong schaffen sie schon. Dann haben wir der 1. FC Köln. 19-30. Gegen Borussia Dortmund. Das Spiel wird 0 zu 1 ausgehen. Für Borussia Dortmund. Ja. Köln hat er gewonnen. Gegen Leverkusen. Und jetzt verlieren sie leider gegen Dortmund. Auch wenn die am Mittwoch gespielt haben. Ja. Und deswegen würde ich sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Spieltag. Oder vielleicht am Samstag oder am Sonntag. Ja. Und deswegen würde ich sagen, Leute, haut rein. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.